Wenn du die beste Defensive der Liga, glaube ich, stellst, ja, dann hast du natürlich schon mal eine gute Basis. Wahnsinn, was die Union spielt diese Saison und ja, auch zu Recht da oben mit den 17 Punkten. Bereits am Montag startete die Eintracht-Woche mit unserer Mitgliederversammlung und der Wiederwahl unseres Präsidenten Peter Fischer. Und unter der Woche, da haben sich unsere Profis bereits auf den kommenden Gegner auf Union Berlin vorbereitet. Und damit ein herzliches Gude zu unserem Magazin im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Seit 2019 ist Union Berlin in der Bundesliga und seither waren die meisten unserer Duelle immer torreich. Allein zwölf Tore in den letzten drei Spielen und wir blicken mal auf die letzten Aufeinandertreffen gegen die Eisernen. Und der Ball war Robert Andrich, ganz zurück. Achtung, Zilute, der geht rein, der geht rein, ich glaube es nicht. Was ist denn das? Tor für die Eintracht, ein Eigentor, aber was für eins. Zwei gegen eins, Silva und Kostic. Kostic, was macht der? Spielt der quer? Er spielt quer. Silva eins gegen eins gegen den Torwart. Nochmal aufgezogen, Silva nochmal quer gespielt. Springt aufs Tor. Tor! Sehr intensives Spiel, wir mussten viel arbeiten für den Erfolg heute und Union hat sehr, sehr gut dagegen gehalten. Wir hatten da kurz vor der Halbzeit die gute Phase, wo dann jeder Schuss drin war. Achtung, Schlussschuss, Söber, Söber alleine spielt quer, Chentler, Tor! Fünf zu zwei! Was haben wir hier für ein Spiel gesehen? Wir wollen nicht, dass ich sehr alt werde. Aber auf der anderen Seite ist es einfach toll zu sehen, wie die Spieler dann immer bis zur letzten Sekunde alles geben. Immer daran glauben, dass wir auch hier nochmal den Siegtreffer erzielen können. Kostic, nächste Flanke kommt rein. Kostic, in die Galle! Ewan in die Galle macht das Tor! Zwei, drei! Und es ist so verdient! Es ist so verdient! Meine Güte! Die Last Minute Eintracht schlägt wieder zu! Wie geil ist das denn? Es ist so geil! Es ist nur geil! Oh Gott! Hey, hol mal einen Arzt! Siebzehnte Spielminute, langer Ball von hinten heraus und dann ein typisches Union-Spiel. Es geht schnell nach vorne, Arroni setzt sich durch gegen Hinteregger und dann mit dem Ball ins Tor die Führung für Union. Nur drei Minuten später erneut die Köpenicker im Angriffsmodus kommen hier zu einfach an den Ball, dann Grischa Prömel und sein Abschluss landet im Tor. Mit dem 0-1 haben wir dann 15 Minuten sehr schlecht gespielt und da auch völlig verdient, dann 0-2 in Rückstand und dann hat die Mannschaft wieder alles versucht, schon vor der Halbzeit und zweite Halbzeit dann immer wieder versucht, vorne zu spielen, angerannt. Und ja, heute waren wir einfach körperlich und mental nicht in der Verfassung, die es gebraucht hätte, um hier dann als Sieger vom Platz zu gehen. Am Wochenende begrüßen wir dann die Eisernen bei uns zum Heimspiel im Deutsche Bankpark. Und einer, der die Mannschaft aus erster Hand kennt, das ist Christopher Lenz. Er ist nach seinen Oberschenkelproblemen wieder zurück im Mannschaftstraining und sprach mit Marc Hindelang über die Überraschungsmannschaft der Saison. Was macht Union Berlin als Tabellenführer eigentlich so stark? Ich glaube, der bessere Part bei ihnen ist auf jeden Fall die Defensive, weswegen sie auch so weit oben stehen, glaube ich. Natürlich schießen sie auch viele Tore und gewinnen damit ihre Spiele, aber wenn du die beste Defensive der Liga, glaube ich, stellst, dann hast du natürlich schon mal eine gute Basis. Du kriegst kaum Gegentore, bist immer stabil, hast immer ein gutes Gefühl, dass wenig hinten anbrennt. Und dann kannst du natürlich auch nach vorne was kreieren. Und ich glaube, Union hat mit Geraldo Becker und Jordan Sibatje vorne natürlich auch zwei Spitzen, die das im Moment unglaublich gut machen. Was uns so auch aufgefallen ist, wenn man die letzten Jahre so sieht, ich glaube, dass sie auch mit Urs Fischer einen sehr guten Trainer haben. Und das insgesamt das Konzept ist, nicht die beste Mannschaft, aber jeder weiß, was er da tun muss. Ja, auf jeden Fall. Das hatten wir schon von Anfang an, als Urs Fischer zu Union Berlin kam damals. Bei ihm ist klar vorgegeben, wer was zu tun hat und jeder macht das und jeder ist auch bereit, das aufzuopfern. Ich glaube, Rani Khedira oder Wernik Habra haben auch letztens noch Interviews gegeben, wo sie gesagt haben, Mir macht es Spaß, mich für die Mannschaft zu opfern. Und das ist das, was du da auch lernst, weswegen es dann auch so schwierig ist, für den Gegner da Punkte zu holen oder Tore zu erzielen. Aber Teamwork ist ja schon eine Gemeinsamkeit, die man mit Eintracht Frankfurt dann schon sehen kann mit uns, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, Union weiß aber auch, dass sie hier letztes Jahr auch nicht gut aussahen und verloren haben. Deswegen, glaube ich, sind das zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Gegenseitig für den anderen Kämpfen, das macht Union Berlin laut der eigenen Spieler so stark. Und wir sprechen jetzt mit unserem Experten Erwin Skehler über die anstehende Partie am Wochenende und was wir erwarten können. Hallo Erwin. Hallo. Erwin, wie wichtig ist denn die Geschlossenheit in so einer Mannschaft wie jetzt auch bei Union Berlin? Ja, nicht nur bei Union Berlin, sondern allgemein im Fußball. In Deutschland ist es die Mannschaft, wenn sie zusammenstehen, wenn sie zusammenhalten, dann ist es immer schwer für den Gegner. Und natürlich hat Union Berlin über die Jahre mit dem Trainer Fischer gezeigt, dass diese Handschrift von dem Trainer, dass die einfach über diesen einfachen Fußball, von der Kompaktheit, von der Laufbereitschaft für den einen für den anderen auch rennen, wie man auch sagt, und kämpfen und alles tut für den Verein. Und auch wenn die Abgänge dann weg sind, dann trotzdem kompensieren die das Jahr zu Jahr sehr, sehr gut. Und dann muss man sagen, Chapeau. Absolut. Wir haben mal eine Faktengrafik zusammengefasst, Erwin. Hier sehen wir schon, also nach sieben Spieltagen hat Union Berlin bereits 17 Punkten, steht damit an der Tabellenspitze. Sie sind saisonübergreifend seit 14 Bundesligaspielen ungeschlagen und mit nur vier Gegentoren stellt Union Berlin die beste Defensive in der Bundesligasaison. Hat aber auch bereits 15 Tore auf der anderen Seite, sprich in der Offensive. Avonis ist eigentlich so ein Schlüsselspieler gewesen, der ist jetzt weg. Was sagst du, wie fängt eine Mannschaft erstmal so ein Abgang auch auf? Ja, wie ich vorhin gesagt habe, da ist es erstaunlich, wie Union über Jahre jetzt auch, wenn die Abgegen sind, auch mit Kruse, das war auch ein wichtiger Spieler für den. Und trotzdem haben die jetzt wieder mit diesem einfachen Fußball, mit dieser Kompaktheit, mit dem die Räume eng machen und die lassen gar nicht von ihrer Linie einfahren. Egal, was der Gegner macht, egal, wie der Spielstand ist, die lassen gar nicht in der jetzt dieser Ura-Fußball zu spielen. Auch wenn man das letzte Spiel gegen Wolfsburg gesehen hat, die sind sehr, sehr, sehr gut organisiert. Die schalten sehr schnell um mit den beiden Stürmern, die da vorne haben. Und man hat gesehen, auch in Wolfsburg, wenn die Wolfsburger auch versucht haben, nicht so guten Fußball zu spielen, sondern nach vorne zu spielen. Die Unioner sagen, okay, wir gehen irgendwann in der zweiten Halbzeit, irgendwann, auch wenn es 77. ist, 80. Minute, machen wir unser Tor. Und das war so auch. In der 54. machen die 1-0, in der 77. machen die 2-0 und dann gewinnen die. Und dann auch diese Zahlen, nicht nur in der Defensive, sondern auch erstaunlich, dass die nach Bayern München mit 19 Toren in Bayern, 15. Und da sind wir die drittbeste offensive Mannschaft mit 14 Toren Offensive und dann nur vier Tore zu bekommen. Das ist schon Wahnsinn, was die Union spielt diese Saison und ja, auch zu Recht da oben mit den 17 Punkten. Das heißt, es kann am Wochenende natürlich eine schwierige Partie auch werden. Wo siehst du denn aber die Qualität der Unioner, diese Schlüsselpunkte? Ja, das kannst du nicht auch für Einzelpersonen machen, weil die Union, wie wir vorhin gesagt haben, das ist einfach eine ganze Mannschaft, auch die Spieler, die reinkommen. Aber besonders natürlich in der Kompactheit und dann in der Umschaltmomente, dass die auch dann nach vorne, man zeigt auch die beiden Stürmer, die sind sehr, sehr schnell. Und natürlich mit dem Becker, die haben einen Stürmer da vorne, der auch jetzt in der letzten Zeit hat, sechs Tore geschossen und vier Vorlagen. Das ist ein Top-Wert, ich glaube, bester Wert jetzt in der Bundesliga im Moment. Und das sind die Schlüsselmomente, was die Union hat. Auch diese Geduld, was der Trainer vorgibt, das sieht man ganz deutlich, dass man einfach die lassen nicht aus der Ruhe bringen. Die spielen ihren Fußball, auch wenn die in Rückstand geraten, dann spielen die weiter, die denken, irgendwann kommen wir unsere Chance und dann schlagen wir zu und die sind sehr, sehr effektiv. Erwin, worauf wird es am Wochenende dann ankommen für unsere Eintracht, um erfolgreich zu sein? Ja, das erstmal Geduld zu haben. Das heißt Geduld, aber trotzdem, wir wollen auch das Spiel machen, wir wollen auch die Unioner unter Druck setzen. Sehr, sehr wichtige Restverteidigung, dass wir uns, wenn den Ball verlieren, das haben wir auch vorhin gesprochen, dass die sehr gut umschalten und zielstrebig sind, die sind sofort nach vorne, die schalten sehr schnell um. Und das noch dazu, wenn die Unioner immer manchmal mit drei Inten sind oder manchmal mit fünf Leuten, die immer kompakt sind, auch mit drei, fast sechsern, die in der Mitte auch zumachen, dann müssen wir die letzte Reihe ein bisschen auseinanderziehen. Das heißt, wir müssen in der letzten Reihe von Unionen versuchen, dass die Leute, die in der Mitte sind, dann ein bisschen aus der Mitte rauszuziehen, dass wir uns dann mit unseren Kolomuani, mit unseren Kamada, mit Götze, dass wir uns in der Box gehen, dass wir uns einfach, wie gesagt, die Mannschaft von Union, die letzte Reihe ein bisschen weiterziehen und dass wir uns in der Mitte durchbrechen können. Aber sehr, sehr wichtige Restverteidigung, dass wir uns dann kompakt sind, dass wir uns einen guten Balance haben, wenn wir nach Ballverlust, weil da sind die sehr, sehr gefährlich, wenn die Ball gewinnen. Nach Ballgewinn schaltet die Union sehr, sehr schnell um. Danke erstmal dir, Erwin, für deine Expertise. Dankeschön. Unser Experte erwartet eine intensive und auch eine spannende Partie. Was aber unser Cheftrainer von der Partie am Wochenende erwartet, das verriet er bei der Pressekonferenz. Ja, sie machen es einfach großartig. Sehr, sehr klug und clever zusammengestellte Mannschaft. Großartiger Trainer mit Urs Fischer, klare Handschrift im Spiel, sehr kompakt. Sie haben den zweitwenigsten Ballbesitz, sie haben die zweitwenigste Ballpassquote in der Liga, aber sie haben die zweitmeisten Tore erzielt. Und übrigens wir, die für unsere Offensive kritisiert werden, mittlerweile die drittmeisten. Also von dem her könnte es eigentlich ein Offensivspektakel werden. So viel also von unserem Cheftrainer Oliver Glasner zur anstehenden Partie am Wochenende gegen Union Berlin. Kommen wir nun zu diesem jungen Mann, Jesper Lünström. Er hat in der vergangenen Woche mit dem dänischen Nationalteam einen 2-0-Sieg gegen Weltmeister Frankreich feiern können. Und wir haben ihn beim Fragenhagel in unserem Format Handkäs mit Musik mal auf den Zahn gefüllt. Frühstück mit Chandler oder Frühstück mit dem Coach? Frühstück mit Chandler. Natürlich auch immer mit Chandler. Dribblingsskills like Götze oder Dribblingsskills like Kamada? Ein Mix. Es ist schwierig zu sagen, weil sie beide Top-Spieler sind in unterschiedlichen Formen, also ich würde es mixen. Sage deine drei Lieblingsdeutschwörter. Bock? Kein Bock? Frühstück? Ich mag, wie du sagen? Frühstück? Michael Laudrup oder Brian Laudrup? Laudrup. Michael Laudrup. FIFA oder Fortnite? FIFA. Sag mal deinen Namen verkehrt herum. Repsi. Und der letzte Name? Oh, ich weiß. Ich kann es nicht so sagen. Respey Mörz Nill. Mörz, ja, okay. Fünf Kinder oder gar kein Kind? Having five children. I want to give my talent to them also, so. Instagram oder TikTok? Instagram. I don't have TikTok. Eins gegen eins. Zweikampf mit Tuta oder mit Hasebe? Yeah, I don't know. It's difficult. Take them both. Letzte Frage. Handkäse mit oder ohne Musik? Without, because I don't know it and I don't want to try it. So I just take case. Das müssen wir machen. You have to do it. I have to do it. Das ganze Video mit Jesper Lindström ist ab sofort auf Eintracht TV und in unserer MeinAquila App zu sehen. Vier Punkte nach zwei Spielen, sowohl gegen die Bayern als auch gegen Freiburg, ist bislang ein guter Saisonstart für unsere Eintracht Frankfurt Frauen. Nach dem Zuschauerrekordspiel im Deutsche Bankpark geht es jetzt zum zweiten Heimspiel dieser Saison gegen Werder Bremen wieder weiter im Stadion am Brentano Bad. Wir haben im Vorfeld mit unserer Debitantin vom Freiburg-Spiel mit Carlotta Bamser gesprochen. Ja, Carlotta, nach dem Punktgewinn gegen München habt ihr am vergangenen Sonntag in Freiburg den ersten Dreier geholt mit dem 4 zu 2 Sieg. Du hast gleichzeitig auch dein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben. Wie zufrieden seid ihr denn mit diesem Saisonstart? Ja, auf jeden Fall sehr zufrieden. Also ich denke mit Bayern und Freiburg, das waren keine leichten Gegner und da vier Punkte auf jeden Fall mitzunehmen ist auf jeden Fall echt gut. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir am Wochenende wieder die nächsten drei Punkte einsammeln und dann mit sieben Punkten in die Länderspielpause gehen. Das ist echt ein guter Start. Blicken wir nach vorne. Am Sonntag kommt ins Stadion am Brentano Bad der SV Werder Bremen. Was nehmt ihr euch denn für das Spiel am Sonntag vor? Ja, auf jeden Fall drei Punkte. Und ja, halt unser Spiel zu machen und Spaß haben. Was braucht ihr als Team, was braucht ihr Adlerträgerinnen, um diese drei Punkte gegen Bremen auch mitzunehmen beziehungsweise hier zu behalten? Auf jeden Fall Aggressivität, auf jeden Fall. Und in den Zweikämpfen halt Gewinn und halt auch den Spaß. Weil ich denke, wenn man Spaß hat, dann läuft der Rest auch relativ von alleine. Unterstützt auch weiterhin unsere Frauen im Stadion am Brentano Bad und sichert euch jetzt noch die letzten Tickets für das Spiel am Wochenende gegen Werder Bremen. Das war's wieder mit im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Und wir verabschieden uns nochmal mit Werbung in eigener Sache. Am Samstag findet in der Otto-Flex-Schneise 7 am Stadion die FIFA Release Party statt. Und dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Gute, liebe Adlerträger. Kommt gerne am Samstag zu FIFA 23 Release Party vorbei. Ihr könnt gegen uns zocken, gegen alle E-Sportler. Wir sind alle da. Ja, coole Preise gewinnen, zum Beispiel Trikots, FIFA 23. Wie gesagt, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch. Und ja, ich würde mal sagen, zeigt, was ihr könnt. Und ja, bis dann. Das war's für heute. Hat Spaß gemacht. Mit Indeed. Stolzer Hauptsponsor der Eintracht. Tschüssi.